Dieser Mercedes-Benz C300 ist hier zum Verkauf angeboten. Der graue Kombi hat 5 Türen und bietet 5 Sitzplätze. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei unter 17.000 km. Die Erstanmeldung war Ende 2015. Der Kombi bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP für Sufix, Kindersitzbefestigung, Panoramadach, Navigationssystem, Einparkhilfe und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der Benziner eine satte Leistung von 245 PS an das Automatikgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei 6,7 Litern pro 100 km. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Die Gra feitohing. Wir beantworten! Bei ruhigen Einsatz!